Manchmal haben wir ein Gedankenkarussell mit Personen in unserem Kopf, die es nicht verdient haben, in unserem Kopf zu sein. Es ist die Frage, wie kann ich damit aufhören? Wie kann ich das stoppen, mich mit diesen Personen zu beschäftigen? Ich starte damit, zu fühlen, was diese Person in dir auslöst. Also geh raus aus der Story, die zwischen euch besteht. Was löst dieser Mensch in deinem Körper für Gefühle aus? Wo nimmst du was wahr? Wo fühlst du Druck, Enge, Hals, Brustbereich, Schulterbereich? Und das will gelernt sein, deinem Körper immer näher zu kommen und zu fühlen, was löst diese Person aus? Es kann sein, dass diese Person ein emotionaler Lehrmeister ist, ein Botschafter ist für etwas, was in dir sehr verletzt ist. Das ist vielleicht alte Verletzungen. In der Regel ist es oft so, dass wenn wir Personen haben in unserem Kopf, die uns sehr verletzt haben und wir denken ständig daran, dass das eine alte Wunde ist, die jetzt wieder getriggert wurde durch diese Person. Die jetzt als Lehrmeister auftaucht, um mich darauf hinzuweisen, schau mal da rein in dir, da ist noch eine Wunde, die will geheilt werden, integriert werden. Und ich sage das jetzt gerade so einfach, es ist meistens nicht einfach, weil da so oft so viel Wut in einem ist und so viel Widerstand, dass man gar nicht in den Körper fühlen will, sondern auf die Person losgeht. Aber wenn du es schaffst, in den Körper zu gehen und zu fühlen, kann es sein, dass du dir selber immer näher kommst und mit dir in Verbindung bist und etwas findest, was wirklich sehr alt ist und sehr, sehr weh tut. Und dann kann man Schritt für Schritt erkennen, was ist es für ein Gefühl, was ist es für ein Anteil, was braucht dieser Anteil von mir? Eine alte Wunde, die dich braucht. Und du bist das Heilmittel. Und mit der Zeit wird dann diese Person, die es nicht verdient hat, in deinem wundervollen Verstand so viel Platz zu nehmen, aus deinem Verstand plötzlich verschwinden. Weil du mit deiner inneren Wunde in Verbindung gekommen bist, die, die die ganze Zeit ruft und dich braucht.